Ich fühle mich auch relativ gut. Ich habe jetzt zwei Tage auf der Strecke trainiert und sie liegt mir auch sehr gut. Auch das Material passt jetzt wieder und auch die Gesundheit. Unsere Olympia ist einfach ein Wahnsinn. Ein schönes Erlebnis dabei zu sein und eine große Ehre für Österreich starten zu können. Ich finde es bis jetzt wirklich super und ich hoffe, dass ich am Sonntag ein gutes Rennen fahren kann. Ich werde mir mein Bestes geben und schauen, was rauskommt. Am Samstag noch eine kurze Strecke besichtigen, weil da haben wir noch 30 Minuten Zeit vor dem Rennen. Am Samstag ließe ich noch die Daumen drücken und am Sonntag dann selber Gas geben. Das Ritual ist eigentlich schon ziemlich gleich. Also frühstücken, dann vielleicht eine halbe Stunde locker rollen gehen, dann noch mal ein kurzes, also zwei, drei Stunden vor dem Rennen noch mal kurz was essen, vorbereiten, ein bisschen Musik hören und dann einfach aufwärmen aufs Rennen und dann Gas geben.